Ich bin Rufner Markus, bin bei der Burg Main-Bern angestellt, im Forstbetrieb. Ich bin seit 2006 hier, bin angestellt als Forstwart und habe meine Karriere hier gestartet. Normaler Forstwart, Berufsbildner, Maschinist, Kletterspezialist. Ich bin jetzt auf der Königsklasse, auf einem Durchforstungsharwester. Und was sich mit sich bringt, das alles. Du musst einfach körperlich fit sein, geistig gehen. Man muss flexibel sein. Vor allem muss ein Team sein, man ist selten alleine unterwegs. Mein Arbeitstag ist Sommer und Winter bedingt. Ich fahre eigentlich, wenn gutes Wetter ist, fahre ich morgen um 6 Uhr an, bis am Abend um 5 Uhr, wenn ich gut mit der Maschine fahren kann. Wenn ich am Boden bin, fahre ich vor. Und so ändert es manchmal Tag zu Tag, was ich mache. Ich fahre, ich fahre, ich pflanze. Und das ist das, was für mich eine Herausforderung ist, das zu machen. Und das ist auch schön. Und das ist das, was ich sage, ich fahre. Ich bin jetzt voll, ich kriege jetzt aber in die Folge. Nein, ichuzz…. Enfrag! Sie rein!